Ja hallo, mein Name ist Stefanie Schädel und ich betreibe das Projekt Jeder kann Immobilien, wo ich Menschen beibringe, in Immobilien zu investieren, auch wenn sie überhaupt keine Ahnung haben, wie das gehen könnte. Und jetzt habe ich vor kurzem auf einer Veranstaltung den René Büttner kennengelernt. Und der René, der kann was ganz Tolles, was wahnsinnig wertvoll ist. Und zwar kann der René dich, mich, jeden im Internet sichtbar machen und innerhalb von Sekunden in Google oder YouTube ganz nach Wahl auf Platz 1 bringen. Also ich habe das selber auch nicht geglaubt und er hat mir das dann an meiner Seite immobilienrendite.tips eindrucksvoll bewiesen. Ja, also das war innerhalb von nicht mal einer Minute war das auf Platz 1 und das ist doch kaum zu glauben. Aber er weiß, wie es geht und er hat es jetzt also dann bei dieser Veranstaltung noch mit ganz vielen anderen Webseiten und Blogbeiträgen gezeigt, dass das tatsächlich funktioniert. Genauso auch in YouTube. Mit YouTube-Videos auf Platz 1 zu landen, ist für René überhaupt kein Problem. Ja, also von daher kann ich wirklich die Zusammenarbeit mit dem René wärmstens empfehlen. Wie gesagt, also die Beweise sprechen für sich und nimm unbedingt mit dem René Kontakt auf. Wenn du ein Unternehmen hast oder eben so ein Projekt, was in YouTube oder im Internet irgendwo vertreten ist, nimm Kontakt zum René auf und lass dir von ihm zeigen, wie es geht. Der macht das schon und ist wirklich auch so ein ganz toller Mensch. Also alleine mit dem René mal ein Gespräch zu führen, ist auch wahnsinnig wertvoll. Aber wie gesagt, nimm mal Kontakt auf und lass dich von ihm auf Platz 1 bringen. Viel Erfolg dabei! Vielen Dank!